Wow! Alter! Ich bin hängen geblieben. Na gut, ich bin immer hängen geblieben, aber... Ich meine, ich bin... stecken geblieben. Nein! Böse! Nein! Nein, 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 nein! Was mache ich denn, Alter? Was mache ich denn? Wow! Alter Schwede! Habt ihr das gesehen? Boah! Das war, äh... Hardcore-Profi-mäßig. Ja, genau. Könnt ihr mal bitte aufhören damit? Ihr Affen-Arschlöcher. Ey! Ha! Voll erwischt. Ha! Ich bin so ein Profi. So ein Pro-Gamer bin ich. Ah, ich will da jetzt nicht rein. Ich brauche blaue Herden. Ah, ne, warte mal. Liegt da ein ganzes Herz? Yo, ich glaube, ja, ne? Bitte lass es ein Herz sein. Hat es nicht so irgendwie nur die gepasst? Das ist mir scheiße. Hat sich so oder so scheiße angehört. Von daher ist es vollkommen groß. Ah! Boah, mein Gott. Oh, zwei Pillen. Full Health. Leckt mich am Arsch. Yo, Health Down. Ich ne lieber Health Down. Ah, ne, ich muss ja die Karte jetzt fliegen lassen. Ah, die brauche ich eh nicht. Komm. Kommt mit, kleine Fliegen. Ihr seid jetzt meine Begleiter. Meine treuen Freunde, bis ihr sterbt. Und zwar gleich. Aber das stört mich nicht weiter. Denn ich werde weiterleben. Oh, guck mal da. Will der mich verarschen? Ich könnte jetzt natürlich zweieinhalb Herzen dem abgeben, ne? Soll ich das mal machen? Ach, warum nicht? Man lebt ja nur einmal, ne? Ich hab ein bisschen Angst, dass ich den kaputt mach. Ich würde ihn nicht kaputt machen jetzt. Oh, Alter, schweigeart. Guck mal, der ist die, glaub ich. Was ist das? Ah, toll. Toll. Du Affenarsch. Jau. War das denn nett? Jau, war das denn nett? Wer hat das ein Item? Ah, ich glaub, ich weiß, wo das ist, oder? Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Oh, oh. Fick. Fick, 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 fickt euch. Ihr Arschlöcher. Oh, guck mal, das ist wieder eine Pille. Bad tool. Was macht denn meine Katze da schon wieder? Ich glaub, meine andere Katze sitzt draußen am Fenster. Und die Katze, die drin ist, will mich darauf aufmerksam machen, indem sie einmal an der Scheibe kratzen. Die Bibel. Läuft. Die brauch ich. Aber ich will wissen, was die Katze macht. Und ich brauch noch drei Münzen. Was macht der Katzenkopf? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Der braune Katzenkopf macht, glaub ich, Tränen um mich rum. Oder war das der Schwarze hier? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab's vergessen. Ey. Lass das bitte sein. Das ist unhöflich. Wow. Hallo. Wow. Alter. Die stehen hier aber auch immer beschissen, ey. Schwere Pille. Was ist denn los? Oh, jetzt fängt meine Katze auch noch an zu jaulen. Hält's ab. Wie geil ist das denn? Warum nehme ich jetzt Bad Trip zurück? Wie dumm bin ich denn? Geil. Hält's ab. So, das ist schon mal eine Münze. Fehlen nur noch zwei für die Bibel. Nein, ich wollte... Ah, fuck. Nein, das war auch falsch. Nicht blöd. Obwohl, das war eigentlich ganz cool. Ich wollte da gucken, was das leert. Tasten-Item. Ach so. Ja, toll. Ja, dann will ich auf jeden Fall die Bibel haben. Noch eine Münze, Baby. Und ich hab grad ein Herz verschenkt. Weil ich aus Bisschen Kuh gedrückt hab. Das war sehr dumm. Wow. Fuck, ey. Ich brauch eine Münze. Oh nein. Bitte nicht. Oh, na der Wichser, ey. So, ich kann mir ein Ertas-Item schon wieder benutzen. Warum das denn? Wow. Alter. Nein. Die hab ich gar nicht gesehen. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Aber kein... Keine Münze. Den Geheimraum hab ich noch gar nicht, siehste. Den müsste ich noch finden. Der könnte an... Ja, ich seh jetzt eigentlich nur zwei Orte, wo er sein kann. Und ich hab zwei Bomben. Gucken wir doch mal. Die Katze lädt sich mal voll schnell wieder auf, der Katzenkopf. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, ich brauch eine Bombe. Oh, dann hab ich ja auch alle Münzen. Sorry. Ah, da ist er, siehste. Ah, cool. Dann hab ich ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Lol. 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 Was will ich ja haben? Wow. Epic Fetus. Ach, nee. Das ist ja... Nee, das ist natürlich blöd. Das wusste ich jetzt nicht. Scheiße. Ist egal, ich hol mir jetzt die Bibel. Wir holen mir Bibel. Scheiße, ich dachte, das wäre der andere Fetus. Fuck, ey. Fuck. Finde ich jetzt ein wenig Scheiß auf. Vielleicht komm ich ja damit irgendwie klar. Die Rakete kommt ja relativ zügig, ne? Irgendwann haben wir jetzt. Oh mein Gott. Fistula. Boah. Nein. Oh. Nein. Nein. Alter. Damit muss er erst mal klarkommen, ey. Alter. Oh, ist er zum Kotzen, ey. Boah. Boah. Lol. Das geht eigentlich, aber ich verliere so viele Herzen deswegen. Boah, aber dafür kriege ich auch so viele. Alter. So war jetzt hier noch was? Ne. Mein Gott. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlechtes Ding. Man muss nur... Ey, das ist richtig kompliziert. Vor allem jetzt, wo die ganzen Räume kommen mit vielen Gegnern. Wow. Heftig, ey. Sag ich da nur. Hef... Heftig. Lol. Boah. Habe ich ein Schwein. Oh, ist das denn jetzt schon wieder? Puh. Nice. Nice. Haha. Und ich brauche natürlich keine Bomben mehr. Das ist natürlich auch geil, ne? Lol. Voll geil, ey. Und nochmal Speed Up. Mhm. Ganz sicher. Die Gabel. Ich glaube, damit kann ich ab und zu mal durch Gegner durchschießen. Ja, mit einer Rakete, genau. Das macht natürlich Sinn. Hallo. Oh. Nein! Das war zu kurz. Sterb! Man muss ein bisschen vorhalten anscheinend. Dann klappt das eigentlich. Aber wenn zu viele Gegner in einem Raum sind, dann wird das richtig schwer. Alter, willst du mich verarschen? Du kleiner Wichser. Du kleinere Wichser. Oh mein Gott. Alter. Boah. Kräftig. Das ist ja kräftig. Oh nein. Der kleine, kleine Gästner. Oh. Nein, ich wollte doch gar nicht hier rein. Ich bin schon wieder zu weit gelaufen. Das war gar nicht meine Absicht. Scheiße. Wow. Wow. Alter. Ich bin ein bisschen hektisch. Was ist denn los mit dir, Katze? Hör mal auf zu nerven. Hier war noch ein Schlüssel. Ich bin auch zu sehen schon reingelaufen. Obwohl ich das nicht wollte. Boah. Nein. Aua. Du blöde Kackspinne. Muss ich auch noch aufpassen, wegen den scheiß Flammen da unten. Aber nicht mit Onkel Neo. Komm mal jetzt her. Na, ich bin so dumm, ey. Ja. Da komme ich natürlich richtig geil ran. Ist jetzt sehr herrlich. Ja. Wo ist denn der verkackte Boss, man? Loll. Nein. Du Hure. Boah, ey. Ey, es gibt es doch nicht. Vollheld. Alter Schwede, habe ich ein Schwein. Gleich mal wieder voll machen. Vor allem, ich kann die Bibel nicht einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt... Kommt jetzt die Mutter schon oder nicht? Weil dann brauche ich die Bibel. Definitiv. Oh oh. Nein. Oh ja, genau, Alter. Mann, leck mich doch. Ja, sicher. Ja, zum Glück. Komm, gib mir Herzen. Hallo. Na. Und wir müssen Abstand halten, falls da eine Fliege rauskommt. Ich will nicht den Automaten kaputt machen. Nicht, bevor ich zwei Herzen bekomme. Ach, Nummer eins. Nein. Na, kannst du mir mal verraten, bitte, wo der Boss ist hier? Siehst du? Deswegen. Komm her, Fliege. Du musst schon zu mir kommen. Gehen einer Fliege, ey. Muss man so aufpassen. Aber ich dachte schon, jetzt kommt noch einer. Ja. Och, komm. Noch ein halbes. Hättest du auch ein ganzes geben können, du Penner. Penner-Automat. Ja. Na, siehste, geht doch. Ach so. Ah, ich hätte ihn da können. Ach so, ich kann ihn immer noch kaputt machen. Ach, komm, mach ich ihn kaputt. Hihi. Voll die geile Ausbeute. So. Och man, wie weit geht's denn noch bis zum Boss? Lol. Ah, ich stand schon wieder zu dicht dran. Nein. Schon wieder, ey. Das ist doch nice gelaufen. Sag ich mal. Ohoho. Ey, geil, ich hab ein Herz bekommen. Wofür? Ach, die Gabel gibt mir ein Herz? So, lass es jetzt Marm sein, bitte. Nein. Headless Horseman. Mit Ausrufezeichen. Scheiße, ist mal zu kurz. Nice. Oh, guck mal. Ne, den Pferd will ich nicht. Oh. Damage ab. Wie geil ich das gebrauchen kann. Scheiße, ey. Was soll ich denn mit den Kack? Vielleicht hätte ich den Horseman ja auch mit der Bibel kaputt machen können. Ich weiß nur, dass es bei Marm funktioniert und ich glaube, bei Marm ist es hart auch. Soll ich es versuchen? Uh. Hallo. 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 Ey. Du kleiner Wichser, ey. Ah, geht doch. Kompass. Uh. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.